Mein Führer, dann ist die 9. Armee verloren. Wir werden die im Norden und Osten bis an den äußeren Verteidigungsring vorstoßende Sowjetverbände in einem rücksichtslosen, mit aller Kraft geführten Gewaltschlag zurückwerfen. Mit welchen Kräften, mein Führer? Die Gruppe Steiner wird von Norden her angreifen und sich mit der 9. Armee vereinigen. Die 9. Armee ist nach Norden hin bewegungsunfähig. Die Feindkräfte übersteigen unsere Mannschaften um ein Zehnfaches. Wenk soll mit der 12. Armee die Sache unterstützen. Aber mein Führer, die 12. Armee marschiert nach Westen, Richtung Elbe. Dann soll die Armee bekehrt machen. Dann entlösen wir die Westfront. Haben Sie noch zwei Fälle an einem Befehl? Ich glaube, ich habe mich klar genug ausgedrückt. Ich bin nicht mit dem Besucher, denn viel Überfall. Dann greifen Sie weiter an. Sie halten Sie nicht mehr. Ich behalte mich. Ich bin nicht mehr. Ich bin nicht mehr. Ich bin nicht mehr. Ich bin nicht mehr. Shea und ich binare. Nikolai, Anna, Oiwer coming, Eric. Wespen nicht mehr. 5-2-3-4-8-5-0-7-4-2-3-8. 6-2-3-8-0. Mafia? Steiner? Steiner konnte nicht genug Kraft für einen Angriff messieren. Ein Angriff Steiner ist nicht gefolgt. Das war ein Das war ein Befehl! Der Angriff Steiner war ein Befehl! Wer schickt sie? Wer hat mich verlogen, sondern ich bin es. Die gesamte Generalität ist in 2000 Haufen niederperätiger Treue oder Feindlinge. Mein Führer, ich kann nicht zulassen, dass die Soldaten, die für sie verbreiten. Die Stadt Feindlinge verbreitet wird Sager. Mein Führer, was sie da sagen, ist ungewöhnlich. Die Generalität ist da geschmeißen, es danken falsch. Der Befehl ist in den Wind gestorben. Es ist unmöglich, um sich in den Umständen zu finden. Es ist aus. Der Glück ist vor. Die Stadt erneet. Der Befehl ist ein langes Morsche. ... Es ist ein langes Morsche. Die Stadt der Befehl ist ein langes Morsche. 60, 30, 05.